hallo und herzlich willkommen leute zu einer weiteren runde adventskalender turnier wir spielen heute tnt draw up und lasse ich einfach mal überraschen wie das anfängt ich will da jetzt nicht viel sagen oh was stimmt hier los da haut der mich ja welcome to tnt draw a minecraft minigame rules how to behind you stop das mal extrem bei mir gerade nein rules do not escape arena lasst mich vorlesen bitte stay in tnt area hey kann es sei dass hier keine zwei gibt duböner zwartens no breaking or placing blocks ever drittens you get one life viertens pvp wir pvp can be enabled disabled on preference Und hier ist die dumme Werbung und dann lass uns gleich mal laufen gehen Ahja, ich muss ja Difficulty 1 machen Please wait for game to start Was ist das eigentlich? Was habe ich in der Hand? Trank der Heilung und ein bisschen Flair Hey, das ist unfair. Ne, hör mir jetzt wirklich auf Gut, wie machen wir jetzt eigentlich? Wer ist so best aufs Spiel oder was machen wir? Wer runterfällt einfach, würde ich sagen Hä, lol? Ja, hier fällt heute immer TNT raus Achso, aber es soll auch kaputt gehen, oder? Jawoll! Oh Ich schätze mal, ja. War im Video auch so Achso, okay Ne, kann ja sein, dass ich irgendwie TNT aufmachen sollte oder sowas NEIN! Oh, ist doch gar nicht explodiert Ich hab Angst Ich auch Okay Okay Fuck, Alter Wenn das weiter so geht Und wir machen auch wegen runterfallen und so Also wer runterfallen hat, äh, wer runtergefallen ist, hat gewonnen Äh, hat verloren Ne Nicht? Ja Können wir machen Oh, ich hab Angst Hä, machen wir jetzt mit runter schlagen Ne, oder? Ja, ich glaub, ne ohne Oh Marcel, von oben kommt ja ja was Boah Nein Ah Ah Scheiße Nein Ah Okay, 1 zu 0 Oh, wie geil Oh, schade Ich zocke noch weiter, bis ich tot bin, ne? Jo, dann guck ich dir noch zu Ich find, man hat ein bisschen zu wenig Essen Oh, sieht cool aus hier Weißt du, wo man eigentlich cheaten könnte? Man könnte so cheaten Ich glaub, das darf man sogar Ich hab aber keine Ahnung Obwohl, ich denk nicht Ah, ich bin jetzt drin Nein! Ich sterbe Ich war einfach mal da drin, hast du's gesehen? Ja Jetzt ist also ein riesen Loch Ja Scheiße Hab ich's kaputt gemacht? Ich starten Hab ich's kaputt gemacht? Ich hab einfach mal nicht Ich hab's kaputt gemacht Ich hab's kaputt gemacht Oh, jetzt müssen wir 60 Minuten Warten, oder was? Vor allem Ich hab ja Ich hab ja So, und da sind wir wieder zurück Dies, das Returning to Lobby Von Malosch Ah Ah, ich bin drin Ja, es baut sich von alleine auf Wir haben ja grad eben noch geredet Oder? Ne, das Loch ist da immer noch Okay Hat sich jetzt nur Die Erde von alleine wieder aufgebaut? Oder ist die immer noch so scheiße? Scheiße, ich hab die Map kaputt gemacht Ich bin zu gut Wollen wir einfach ne neue auflegen? Ah, wir schauen mal wie's aussieht Ja, okay Und wenn jetzt scheiße ist Wollen wir dann einfach ne neue Ja, sag mal hier ist es Geiles TNT Ah Also wenn's scheiße ist Wollen wir dann einfach ne neue Aufnahme machen? Oder was? Oder einfach Neu auflegen Neue Map starten dann Okay Aber ich denke das geht auch so einigermaßen Ja Ist eins kaputt gegangen oder mehrere? Ich glaub nur eins Sieht aus wie nur eins Ja Ich wusste es Ich hab extra nur einmal geschlagen Okay wir machen eine neue Map Das zählt nicht Bis gleich, ciao Ach jo, bis gleich Hallo und herzlich willkommen zurück Nein, nein Wie geht die zweite Runde mit einem Hashtag Irgendwas Zeit bei dir Nein Wie seid bei dir? Wie seid bei dir? Wie seid bei dir? Hast du das ernsthaft gerade kaputt gemacht? Ich hasse dich Nein, 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 warte Ich will einen Newscam machen Oh, Tobi Komm mal, ein Tee Nein! Bist du? Hör auf! Alter! Knapp, Alter Knapp wie Arsch Wir wollten Camping 4P machen Ich hab Angst Ob die wohl Ob die wohl immer nach demselben Buster runterfallen? Könnt ich mir vorstellen Ah! Da ist der TNT! Junge, was denn los? Immer nur bei mir Was? Oh ja, bitte fallen noch eins runter Junge! Das regt auf! Ich hab Angst Ich steh da nicht Ah! Tobi, ey Ah! Ah! Aber wir machen dann ohne Hochporn, ja? Nein! Ja, bitte! Töte ihn! Ohne Hochporn machen! Ja! Stirb! Stirb! Du Tricksau! Boah, Alter Bei mir kam noch gar nichts Egal! Nein! Find ich, find ich Find ich Du darfst nicht zur Seite bauen, okay? Jupp! Nein! Ja, das wär richtig assig Zur Seite bauen Das Das wär noch assiger als Hochporn Ja! Dass ich mich genau reingebaut hab, Alter! Du hast mich reingebaut? Ja, genau! Genau! Ich stand genau Ha! 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 Oh Gott! Domi! Ha! Oh Gott! Oh Gott! Wie ich mich da genau reingeb... Ha! Ha! Aber ich... hä? Wie reingebaut? Das hab ich irgendwann noch nicht verstanden Ey, ich hab mich doch hoch gebaut, ne? Und ich hab mich genau in diese Öffnung reingebaut Ich wollte mich eigentlich daneben bauen Aber ich bin genau in diese Öffnung reingekommen Ey, ich dachte ohne hochbauen Da! Vorhin! Als ich alles kaputt gemacht hab So, so Ey, aber es steht momentan... Also... Bis zu CoFiever... Bei CoFiever hatten wir 8-8, ne? Mhm Okay, cool Weil ich... in meiner Beschreibung hatte ich irgendwas falsch Aber das hab ich dann wohl wieder berichtigt So... Sooo... Raus! 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 Du bist grad bei mir auch ganz leise Raus mal Nein! Hachst du auf! Du bist grad auch noch ein Stück nach vorne gegangen Das hat mir Angst gemeint Du bist grad bei mir auch ganz leise Hey, lass das! Das ist unfair Haben wir doch schon gesagt Würde ich nicht haben eh Ich stehe jetzt in der Mitte so... Chillt, Alter... Chillt... Nee, ich glaub die wiederholen sich nicht Au! Chillt! Häaha! Oh, Alter! Der kam mir direkt Nein! Der war schon die ganze Zeit hinten Ja... Alter, wie ich nur 3 Herzen hatte oder so.. Das stimmt, Alter... Wie ich nur 3 Herzen hatte oder... So... Nein! NEIN! Ich hab gewonnen! Oh! Ich hab gewonnen! Scheiße! Wie ich mich gefragt hab, wie willst du da überleben? Da war ja da ein TNT und da ein TNT. Ich hab dann irgendwie vier Herzen oder so. Oh! Schade, 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 schade. Alter. Oh, geil. Schade, schade, schade. Oh, Matze, ich lieb den D. Ah, ich hab dich auch nicht. Oh, danke. Fiel aus so großer Höhe anstatt ohne Lava gedinkt. Ich hab grad so Glücksgefühle, Alter. Ja? Ja, richtig. Ach Gott. Okay. Ja, Leute, wenn's euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal auf wieder ein. Ähm. Und lasst ne positive Wertung da, weil ich würde sagen, dann... Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios. Und... Ciao. Und warte, hier kommt noch ein trauriger Moment. Hä? Sei leise. Sei leise. Ich füge jetzt wieder was ein. Ah, du bist so geil. Jetzt sei leise. Okay, ich füge nun einen traurigen Moment ein. Okay, das war's. Tschüss. Und das war's. Und das war's.